Mein Name ist Stefanie Kölkens. Ich vertrete für den Rheinischen Landwirtschaftsverband in diesem Jahr das Amt der Rheinischen Kartoffelkönigin und freue mich ganz besonders hier auf dem Deutschen Bauertag in Berlin dabei sein zu dürfen. Mein persönliches Highlight in diesen zwei Tagen war bis jetzt die Rede von unserer Bundeskanzlerin Frau Merkel, die mich persönlich sehr bewegt hat und worüber ich mich sehr gefreut habe, war ihr sehr positives Statement zur deutschen Landwirtschaft.